Und wir wollen noch mal genauer drauf schauen, wie die deutschen Fußballfans auf das Aus unserer Mannschaft reagiert haben. Ja, wie sie es verkraftet haben. Unsere Reporter Paul Klintziger und Alina Quast haben die Stimmung für uns eingefangen. Und hier sind die Bilder. Die Party ist vorbei. Schockstarre bei den deutschen Fans. Ungläubig über den Ausgang dieses Spiels. Deutschland am Boden. Ohne Worte. Also ohne Worte. Es tut einfach weh. Es tut einfach weh. Man geht schon noch mit dem Scheißgefühl jetzt nach Hause. Ich glaube, das kann man schon so insgesamt jetzt sagen. Ja, ich glaube, die Enttäuschung ist schon groß bei allen. Vor dem Tiefpunkt, die Höhepunkte. Die Fans bejubeln den Anschlusstreffer von Florian Wirz, wähnen sich nach den ersten packenden 90 Minuten auf einem guten Weg in Richtung Halbfinale. Gedanklich schon im Elfmeterschießen dann der Schreckmoment. Es ist der Lucky Punch. Hier in Stuttgart ist man jetzt fassungslos. Nur die Spanier feiern hier. Und die Deutschen, die können es einfach nicht fassen, dass hier das Tor in letzter Minute für die Spanier geschehen ist. Doch eins fällt auf. In den Schock mischt sich Stolz über die deutsche Teamleistung. Wenn schon Ausscheiden, dann erhobenen Hauptes. Das Spiel war Atem beraumt. Leider unglücklich für uns, aber wir haben trotzdem gekämpft. Und ich bin stolz auf unser Land, auf unsere Mannschaft. Es war ein super Spiel, es hat Spaß gemacht und letzten Endes einfach Pech gehabt. In den letzten Minuten im Gegentor, da kann man nicht mehr viel machen. Hey, die waren richtig gut, die waren sehr, sehr gut. Aber hey, das Glück war nicht auf unserer Seite, was soll man sagen. Die Mannschaft war geil anzusehen. Wir hatten unfassbar viele Chancen, auch ab der 70. Wäre schon auch verdient gewesen, dass man mindestens ein Selfmeterschießen geht, aber ist in Ordnung. Auch auf Mallorca fiebern sie mit. El Arenal wird zur deutschen Fanmeile. Bei 30 Grad kommt man hier gleich doppelt ins Schwitzen. Am Ende bleibt das Fachsempeln unter Palmen. Ach, ärgerlich. Eigentlich waren wir vom zweiten Halbzeit besser, muss man ja sagen. Eigentlich hätten wir sie auch verdient, aber Rieserwurm, wenn die Granaten nicht reinkriegen. Geiles Spiel. Beide Mannschaften haben toll gespielt, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, wäre Deutschland der verdiente Sieger gewesen. Aktuell tut es weh einfach. Aber ich würde sagen, ganz ehrlich, ich drücke Spanien die Daumen. Wir hätten uns für Deutschland gefreut, aber so hatten die Spanier morgen bessere Laune. Viele sind hier sehr enttäuscht, aber wir sind hier auf Mallorca, wir sind hier in der Bierstraße. Da wird der Frust wahrscheinlich weggetrunken. Wir sind hier in der Briebe von der Schwung. Jo, Das ist hier in der Briebe von 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 der Briebe. Vielen Dank.